Ehrlichkeit, Loyalität und dass wir dasselbe Ziel einfach verfolgen und das wird bei mir im Team durchgesetzt. Mein Team ist wirklich so, dass wir alle extrem verschieden sind, was aber wiederum total toll ist, weil wir uns somit extrem gut ergänzen und einfach immer zusammenhelfen, zusammenarbeiten und uns auch schon sehr lieb gewonnen haben. Mir ist wichtig im Team, dass man sich immer auf Augenhöhe begegnet, dass man immer mit Problemen, wurscht welcher Art, zu seinem Vorgesetzten oder zu einem Kollegen gehen kann und dort auch wirklich immer ein offenes Ohr hat. Wie ich bei Kellner & Kunst angefangen habe, durch das, dass ich ganz neu war, niemand gekannt habe, ich habe niemand gekannt, mich hat niemand gekannt, ich bin sehr gut aufgenommen worden, dann war vielleicht nur der Unterschied, weil ich ja als Führungsposition eingestiegen bin, bin ich aber von den Kollegen und auch von meinen jetzigen Mitarbeitern sehr offen begrüßt worden. Bei mir im Team ist einfach extrem wichtig, dass wir wirklich zusammen helfen, zusammenhalten und auch den Spaß nicht verlieren. Seit diesem Jahr haben wir vier verschiedene Möglichkeiten, am Betriebshausflügen teilzunehmen, was für einen halt am besten zutreffend ist, das kann man sich dann aussuchen. immer wieder um das letzte Redaktion, und als ich jetzt noch nicht veradanteine, wie ich auch schon erwartete, dass ich mich nicht einmal mit Sö channel zum Beispiel, Vielen Dank.